Hallo, ich bin's, eure Celi. Heute ist wieder Video-Tagebuch-Tab. Und ich habe heute einen Tag frei und bin in schönem Heldbach, meiner sozusagen Heimatstadt. Und ich komme wirklich sehr selten dazu, auch mal wieder hier zu sein. Das ist schon richtig schön, dann auch wieder mal alle Frauen zu treffen und so weiter. Ich wollte euch berichten, und zwar wegen dem Gewinnspiel. Wir haben vor dem Song und das Vorentscheid ein Gewinnspiel gemacht. Und zwar, dass man einen Tag mit mir verbringen kann und T-Shirts kann man gewinnen und so weiter und so fort. Und deswegen wollte ich euch dazu nochmal Bescheid geben. Und zwar, eine Woche gibt das noch. Also schreibt mir was ganz schönes, was ihr bestimmt immer sagen wollt, auf der Pimband von Charlie. Und vielleicht bist ja du derjenige, der die Shirts gewinnt oder einen Tag mit mir verbringen darf. Das war's auch schon wieder. Zum Schluss zeige ich euch noch schnell mein kleines Baby. Hallo! Hallo! Ja. Okay, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Mozart und eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschau!